ein herzliches willkommen zu youtubers live zurück hier in einer weiteren folge es müsste jetzt sogar die 42 sein ich habe bock einfach noch mal ein bisschen was einzukaufen wir haben ja noch 40.000 dollar also kann man ruhig noch mal hier zugreifen gucken was noch so gibt können wir doch mal wir mussten ja das letzte mal abbrechen weil es immer wieder zu viel ist auch ich mag ein globus wasserspender uni kurz modell ist auch nicht ganz so spannend hildenfigur auf jeden fall nennen ja so billiardtisch ist auf jeden fall eine sehr geile schon wieder voll immer schön die einladung annehmen dann wird man auch sehr sehr gut so dann hier kicker auf jeden fall demoskop kann nicht schaden zu entspannung halt so dann gucken wir mal kommt schon das erste an wunderbar wir müssen uns auch gleich mal die wohnung angucken wie wir die voll gepackt haben mit den ganzen sachen weil das zieht alles rüber zur rechten seite des hauses da wieder unglaublich darf man schlafzimmer das geht hier und da steht es an der wand schön wow der ist riesig bin ich mal gespannt wo das hin passt geht auch dorthin auf jeden fall wird definitiv schöner hier beide zimmer ist nichts also das zimmer sieht jetzt auch ganz schön aus küche blieb irgendwie ohne irgendwas hier blieb auch irgendwie ohne irgendwas so dann gucken wir mal hier hin hier kamen diese poster hin definitiv ist das der todesstern definitiv da kann mir einer sagen was er will so da ist der globus jetzt verlieb aber erstmal abonnenten das ist jetzt nicht so schön dann müssen wir erst mal ein video wieder machen ach ja die ständige video machen immer ein und dasselbe so hier müssen wir mal auf plus drei wollen ja nicht das nicht abziehen sondern drauf packen die nummer eins zu sein ja das wird natürlich lange 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 dauern ich weiß aber ehrlich gesagt nicht ob ich so lange spielen werde das projekt hier so ich versuche ja nebenbei zu schon ein bisschen das langweilige zu machen einfach nur videos 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 bevor irgendwas anderes passiert aber ganz so einfach ist es dann doch nicht finde ich auch vor Ort die eine die wir die 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 Oh, so ein Mist. Oh, ich muss schon zur Präsentation. Ja gut. Video fertig landen lassen, damit es hier nicht weiter sinkt. Während meiner Abwesenheit. So, unten, oben, unten, oben. Habe ich sowas? Ne, habe ich nicht. Unten. Aber unten, unten. Unten, unten. Passt. 52, oh wow. Oh wow, schon wieder auf 101 gestiegen. Oh mein Gott. Ja, meinetwegen, bla bla bla. Wie will ich aussehen? Diesmal ohne Mütze, ausnahmsweise. Einen Kurs belegen darfst du. Und zwar darfst du den machen. Ausnahmsweise. Jetzt setzt sie sich natürlich wieder dahin. Wie vorherzusehen. Das ist so spannend. Das ist so spannend. Oh, ein neues Spiel. Wirklich. Was? 24,99 kostet das dann? Wow. Wenn es mich nicht zugeschickt wird, könnte man das ja kaufen. Hä, ich gehe jetzt. Aber wie die das verkündet von mir da. Das ist genial. Gucken wir mal um, wer hier so ist. Wer ist denn hier so? Eigentlich kein Hate. Doch, da. Guck mal, da ist der Hater. Nehmen wir ein Interview mal wieder von ihm auf. Haben wir ja schon öfters gemacht. Weil der sagt immer so gern Ananas. Das finde ich so total... ...bescheuert. Ich weiß nicht warum, aber die sagen echt Ananas. Lananas. Lan, na, na, na. Ananas. Sag nochmal Ananas. Komm schon. Naja. Mit dem Feind nur noch näher sein. So und so, ne. So. Jetzt bin ich hier dran. Immer schön... Boah. Hey, das ist wie... ...Licht, ey. Da wird man ja voll geblendet. Ich werde mit euch... Es gibt bestimmt schon Stars, die hier von erblinden. Das ist ja echt übel. Danke, dass du zur Feindschlitter gekommen bist. Aber gerne doch. So. Was ist los? Ich finde, ich habe nie geschafft, hier erfolgreich... ...ein Speedrun... ...Video zu machen. Ich weiß nicht warum, aber es ging einfach nicht. Ich werde jetzt erstmal das hier fertig rendern, damit ich das selber weg habe. So. Was wichtiges ist, dass man hier das aufpasst, dass man nicht immer hier das schlecht einstellt oder so. Bisher bei Interview, Vlogs und sowas, alles immer anders als bei Spielen. Da muss man echt aufpassen. So. Wir haben nicht viele, aber wir haben welche. Oben... ...ah unten... Äh... Nö. Doof. Hm. Ja, irgendwie so. Wow, wieder auf 101 geschafft. Yeah. Äh... Och, ne. Nicht schon wieder reparieren. Och, ne. Ja, ich mache das jetzt einfach so. Ich werde jetzt einmal ein Speedrun-Ding machen. Es wird nichts Gutes oder so, aber das ist mir egal. Also nach dem Essen. Ich habe das noch nie geschafft, dass ich das in der Zeit, der mir vorgegeben hat, in die 14 Tage, weil die Zeit geht ja wahnsinnig schnell vorbei, äh, da genug Videos machen, um damit das Interesse und das Können und so weiter vermittelt wird. Daher werde ich das einfach jetzt so, zack, fertig machen, so. Ne? So. Seht ihr, da ist der Speedrun, ist es schon wieder eine andere Einstellung. Okay, das hat schon mal gepasst. Jetzt das Gesicht. So. Haben wir. Nehmen wir das Höchste. Ist genauso gut wie das, aber gut. Dann das. Das passt. Und das ist cool. Neuner, sehr gut. Was haben wir denn da? Da haben wir auch einen. Da freut sie sich. Ey, ist der Hammer. So, was haben wir hier noch? Einen Zehner. Sehr schön. Ja, yay. Wow. Hier haben wir auch nochmal einen. Oh. Äh, ja, nehmen wir den. Der ist auf jeden Fall höher als die beiden generell. Äh, und noch die zwei, ja, dann haben wir es. Ja, toll. Na gut. Man kann ja nicht immer alles so gut haben. Das ist kein so gutes Video gewesen. War mir aber auch klar. Äh, da, 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 da. So. So. Oben. Äh, oben, unten. Oben, unten, 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 unten. Ähm. Ja. So ist es einfach. Zwei rote nur. Da. Kein Interesse. Null da. Dann die Ende. Aber trotzdem Level Up. Yeah. Sehr cool. Naja. Geht so. Okay, ähm. Ist eigentlich immer noch furchtbar hier. Ach, ich hab oben noch gar nicht geguckt. Mensch, Leute. Ich hab oben noch gar nicht geguckt nach den Kla... Naja, gut gemacht. Ja. Keiner guckt das Video. Alle finden es schlecht hier. Bewertung komplett miserabel. Aber gut. Geh mal nach oben. Ich will mal oben gucken. Mir das angucken. So, was haben wir hier? Nochmal Badezimmer. Oh, yeah. Ein bisschen dicht hier, ne? Also, da muss man sich schon... Aber man kann nicht mitspielen. Das ist nur Deko. Okay. Schade. Ist aber wirklich schade. Och, das Zimmer gefällt mir auch. Hier so ein kleines Bett in der Ecke. Und dann hätte man da auch eine schöne... Gegend hier. So. Ähm. Aufrüsten. Ich glaub zwar nicht, dass ich das... Ich glaub... Nee, hier hat noch gar keiner dagegen gearbeitet, glaub ich. Ich glaub, ich bin mir sogar gezwungen, dass hier noch nie einer gearbeitet hat. Nee, den Monitor kaufe ich nicht. Ist mir egal, wie viel besser oder so der ist. Der ist ja furchtbar hässlich. So. Gut. Gucken wir uns noch mal woanders um. Und zwar bei den Klamotten. Wir shoppen jetzt mal ein bisschen Klamotten hier. Okay, ja. Ah, ja, ja. Für später vielleicht. Hippie? Nee. Switcher für Frauen? Ja. Das holen wir auch mal in Rot. Das sieht ganz lustig aus. Hihi. Gaffee? Nee. Nee, ist nicht für mich. Smoking für Frauen? Nee. Superhedenanzug. Geil, ja. Stormtrooper. Ja! So renne ich rum. Hier, äh, bezahlen, bezahlen, bezahlen. Hier, komm. Stormtrooper. Hier, hallo, hallo. Schneller, schneller hier. Oh, ho, ho, ho. Ich hätte mal öfters rumstöbern sollen. Auf jeden Fall über uns beide. Auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Nee. Ja, gut. Okay, ja. Da würde ich auch noch mal in schwarz. Hier noch mal dunkle Pullover hier. Noch mal so ein grün Pullover. Einmal Pullover für Frau. Das ist hundertprozentig der gleiche. Aber hier steht nur extra noch mal grün. Gut. Ach, war ein Kopf schon wieder voll. Gucken wir mal kurz weiter, ob sich das lohnt, noch weiter zu gucken. Nein, lohnt sich nicht. So, jetzt gehen wir mal zu Hosen. Jetzt wollen wir auch die Stormtrooper-Klamotten hier natürlich. Wir haben sogar einen Rock. Das habe ich auch ganz vergessen. Wunderanzug von vorn. Kaffee. Stormtrooper, Stormtrooper. Oh, den zweiten Stormtrooper müssen wir uns merken. Müssen wir uns jetzt noch besorgen. Wir müssen ja die passenden Hosen, also beziehungsweise die Anzüge haben hier. Das geht ja sonst gar nicht. Mh, das war es schon. Oh. Das ist aber traurig. Gut. Jetzt haben wir die Hosen. Jetzt brauchen wir auch Schuhe. Natürlich. Superhelden-Schuhe. Wunderanzug. Stormtrooper. Stormtrooper. Und den weiß. Oh, geht nicht. Okay, ja. Oh Gott, warte, warte, warte. Jetzt habe ich schon alleine schon hier mehr Schuhe als alles andere. 3D-Brille ist ganz lustig. Pilot, Clown. Nee, das stehe ich nicht so drauf. Pilot für Frauen. Pixel für Frauen. Nee, stehe ich auch nicht so drauf. Brille für Frauen auch nicht. Hüte. Gucken wir mal hier. Hüte. Toradhelm. Irgendwie ganz so was gedroht ist. Es gibt Wrestling-Maske. Nee, stehe ich auch nicht so sehr drauf. Boah. Die Helme, ja. Die Helme. Okay, noch Heizketten, glaube ich, ne? Glaub ich, ja, genau. Nee. Nee, nicht mit mir. PC-Welt. Alle Konsolen. Wie viele Konsolen gibt es denn neu? Hier, zack, zack. Gleich mal alle neu kaufen. Ideenwelt haben wir durch. Ach ja, wir müssen was zum Futter nochmal neu bestellen. Ach ja, vergess mal, das zu essen nicht, ne? Also hier zu trinken, ja. Limo, ja. Boah, so zwei Kaffee. So. Ja, dann haben wir ja erstmal alles wieder. Ach, ist das herrlich. So ist er. Der hatte doch einen Kurs gemacht gehabt. Na komm, wird fertig da. Fast 38. Wow. Sehr gut, Junge. Sehr, sehr gut. Video Hilfe. Jo. Also ich werde das jetzt erstmal alles ausräumen, was wir dann natürlich bestellt haben. Und ich werde mich eventuell dann in der nächsten Folge ein bisschen damit herumspielen und ausprobieren mit Aussehen und so. Den Stormtrooper natürlich. Beide natürlich. Boah, Hammer. Nein. Gut. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das kann nämlich hier etwas dauern. Ciao.